ach komm schon ich will nicht nur mir fehlen die worte mir fehlen die worte jetzt muss ich wieder zu blister hin und zurücklaufen wieder hin und zurücklaufen ich sag dazu jetzt gar nichts mehr solches wieder zu blister zurücklaufen oder was genau und ist auch noch die längste strecke die längste laufstrecke schönes spiel genau du hast ruhig in die länge ziehen genau ich mag es ich mag es ich mag lange spiele ich mag in die länge gezogene künstliche spiele ja genau für jeden schritt in jetzt laufe schreit euch weiter abend genau blöde spieler entwickler spielt das spiel weiter in die länge ich kann es verstehen ich kann es verstehen ihr wollt der kohle machen und so eine kohle ohne kohle kam ja kaum lebende kohle ist das wichtigste der welt und deswegen tut man ein spiel in die länge ziehen wenn ich noch mal zurücklaufen muss raste ich aus dann überspringe ich das oder ist abgeliefert das hilft mir wirklich sehr und genau zur rechten zeit sind gerade mit unserer arbeit fertig geworden sorry aber ich muss dich noch um ein gefallen bitte ich muss jetzt weg ich hasse blister lauf hier hin lauf dorthin spielen muss künstliche länge zu werden mit der nacht hat ein lakain auf das sofa gesetzt um daraus zu bequem ist okay wir haben mitten in der nacht was aha warum scheint da die sonne also scheint die sonne mitten in der nacht ok ok das ist wirklich sehr realistisch schön gespielt mitten in der nacht scheint die sonne genau 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 das weiter in die länge gezogen werden aha wieder ein paar useless die gar nichts mit der story zu tun haben das soll das wieder in die länge länge ziehen genau ich hoffe es ist jemand der auch was mit der story zu tun hat und nicht irgend so ein duellant der einfach so eingebaut wurde um das spiel wieder in die länge zu ziehen dieses ganze zeug soll das spiel wieder künstlich in die länge ziehen weil man keine story mittel mehr hat die man einbauen kann ganz einfach und warum habe ich immer noch dieses scheiß auswähl von der kälte bewegung das ist so cool scheiß spiel muss in die länge gezogen werden verdammt normal scheiß ich rege mich hier zu recht auf ja das spiel künstlich in die länge ziehen indem man jetzt sowas einbaut und noch zu faul sein in einen dialog einzubauen genau spieleentwickler hdl hdl genau hat nichts mit der original story zu tun der wurde einfach nur eingebaut damit das spiel wieder künstlich in länge gezogen wird sowie dieses so wie diese ganze part inzwischen mensch anfang war so episch und dann kommt so ein scheiß ich mache das schnell platz so schnell wie es geht kein bock mehr auf diese in die länge gezogenen duelle wahrscheinlich ist er auch noch so stark und ich finde jetzt gegen ihn dann ist das spiel wirklich in die länge gezogen weil man keine ideen mehr hat klar man muss sich nach dem nach der original story richten klar aber da macht man doch die original story detaillierter mensch ja vielleicht ein paar mehr nebencharakter die man so ich weiß nicht die man die man so zwischendurch mal sieht ja und die auch eine sinnvolle bedeutung in der story haben ja und nicht irgendwelche sachen erfinden mit neuen duellen wie das hier zum beispiel sagt das gibt es nämlich in der original story nicht ja ich habe nämlich alle vfds folgen gesehen ich kenne mich aus ich weiß dass der duellant nicht dabei ist in der original story er wurde einfach eingebaut damit das spiel in die länge gezogen wird damit die kapitel länger sind damit man mehr kapitel einbauen kann damit der spiel das gefühl hat aha so viele kapitel wird ein langes spiel werden obwohl es nicht ist ja turm von barbel ist mir egal er hat was gegen zauberkarten habe ich das gefühl das reizt mir das ist erst ein spielentwickler stelle ich mir jetzt vor ich spiel gegen den spieleentwickler so spieleentwickler frisst einen direkten angriff verdammt ich habe vergessen ich bin so blöd ich habe den effekt online benutzt und da hat jemand gemeint das geht nicht aber es geht ihr seht es ja hat so oft klug gemacht das geht nicht aber mich wunderts auch dass immer viele 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 leute meinen dass sie die besten wohl landen werden die behaupten zum beispiel immer hey ich habe alle drei götter karten ins ultra und ich habe den du erlanden beim ersten versuch besiegt blablabla dem interessiert das akiza hat jetzt auch einen anfall das soll das ganze auch wieder in die länge ziehen super mache ich auch noch in diesem part jetzt reizt mir jetzt alle stellen hier spielentwickler hätte ich nicht besser sein müsst ihr das spiel wirklich so in die länge ziehen indem ihr jetzt weitere unnötige duelle einbaut ich hätte erwartet dass wir gegen die dark signers kämpfen aber was kommt wir müssen bodengang machen wir müssen uns gegen irgendwelche nobody's duellieren und jetzt auch noch das da also entwickler so geht es nicht so geht es nicht ich weiß ihr wollt geld haben ich weiß wer will nicht geld heutzutage ich brauche selber geld für eine grafikkarte aber so ein mittel so darauf zuzugreifen um die spiel dinge zu ziehen ist einfach nur erbärmlich erbärmlich er wenn ich auch noch für die falle ich wieder nur macht und ich muss alles nur machen spielentwickler leckt mich so also ich spiele jetzt den hier ich mache jetzt wie gesagt in diesem part alles was ich wo ich merke das ist eine stelle was die spiel in die länge ziehen soll langsam fange ich auch an weniger zu reden ich meine wir haben schon fast eine stunde erreicht vorhin habe ich auch noch eine dreiviertel stunde aufgenommen das heißt meine stimme wird jetzt langsam den geist aufgeben also ich tue jetzt eine menge vor produzieren warum weiß ich nicht das macht mir einfach gerade so viel spaß das spiel auch wenn auch wenn man sich das kaum vorstellen kann in dem fall weil ich mich so viel aufregeln dass das zeit aber es macht mir spaß nein das soll ich wieder in die länge ziehen die hat jetzt extra ein eigenes deck dafür bekommen dass das duell möglichst lange dauert von den spielentwicklern ja damit das spiel noch länger dauert na los spiel den schwarzen rosendrachen na los spiel ich dritterin zwielicht dritterin ok kein zwielicht dritterin ich habe gewonnen man jetzt habe ich die stimme wie so ein pubertierender im stimmenbruch ich bin 13 jahre als ich habe stimmenbruch hallo ich grüße an der stelle alle 13 jährigen die dieses netplay schauen ihr habt jetzt wahrscheinlich genauso eine stimme wie ich ich weiß die spielentwickler sind so grausam die tun das spiel wieder in die länge ziehen ja ich weiß ist das nicht schlimm verdammt normal spielentwickler lässt euch mal was anderes einfallen baut doch nicht solche scheiß unnötigen stellen ein die nichts mit der story am hut haben